Hallöchen Leute, nachdem mein Video auf dem Hauptkanal nicht online gehen konnte, wegen diversen Problemen wie immer, aber es kommt morgen 14 Uhr, schauen wir uns heute jetzt doch noch die Sam vs. White Folge 7 an, mentaler Tiefpunkt. Ich bin ja gespannt, lasst einen Wuch da, let's go rein da. Ich hatte einen bösen Geist aus mir erweckt, der schon immer in mir schlummerte. Alles ist nur Einbildung, ausgelöst durch ihr Schädel wie ein Trauma. Was? Nein! Das war aber kein Traum. Irgendwas stimmt er nicht, wenn ihr mich fragt. Ist das überhaupt irgendwas real oder träum ich gerade? Warum habe ich all diese Erinnerungen, die scheinbar keine sind? Unser guter Freund Dave hat eine eigene App rausgebracht, bei der ihr Geld sparen könnt und auch so Projekte, die 7 vs. White gleichzeitig mit unterstützt. Und weil Dave das viel besser erklären kann, als ich... Save it! Schalten wir direkt mal rüber. Wahres Geld sparen und gleichzeitig Lieblingsprojekte, die 7 vs. White unterstützen und eine Chance haben, diesen Land Rover Defender für... Dieses Placement kenne ich doch schon irgendwoher. War das das Placement auch von der allerersten Folge auf Freeview oder war das schon mal ein Placement für ein Behind-the-Scenes oder sowas? Oder für den Trailer? Irgendwo habe ich das schon mal gesehen, das Ding. Habe ich irgendwo eine Reaktion schon mal angeschaut mit euch, glaube ich. Alle deine kommenden Abenteuerreisen zu gewinnen, ist mit meiner neuen App Save it so einfach wie noch nie. Dabei ist es völlig egal, ob du auf der Couch vor der neuesten Folge 7 vs. White Essen bestellst. Du einen Urlaub nach Kanada buchst oder neue Autoausrüstung suchst. Cashback bekommst du in unserer App fast überall. Einfach App herunterladen, den Creator-Code 7 vs. White auswählen, euren Lieblingsshop anklicken und... Ich habe mich auch beworben als Content Creator, aber bisher noch kein Android bekommen. Oder ich habe zum Spam gelandet, weiß nicht, wie ich mir genau nachgucken. Ich bin aus dem Bild aus dem Dings verloren. Wie heißt das? Aus dem Überblick verloren. Wahres Geld für euren Einkauf zurückgehalten. Aus dem Bild verloren. Und das Beste, unsere App ist komplett kostenlos und ihr könnt euer Cashback schon ab einem Euro auszahlen. Für alle Beteiligten also eine Win-Win-Win-Situation. Und apropos Gewinn, unter allen App-Downloads verlosen wir diesen Land Rover, damit einer von euch bald selber auf Tour gehen kann. Dafür einfach den Gewinnspiel-Post auf der 7 vs. White Instagram-Seite liken, drei Freunde markieren und den Save-It-Benutzernamen mit in den Kommentar schreiben. Ladet euch also jetzt Save-It über diesen QR-Code oder den ersten Link in der Videobeschreibung herunter. Spart beim Online-Shoppen wahres Geld und unterstützt so direkt eine vierte Staffel 7 vs. White. Nice. Und jetzt rein in die Folge. Let's go. Oh, what the fuck? Das ist der abgefuckteste Spot auf dem Planeten Erde, den ich je war. Ja! Oh mein Gott. Wahnsinn. Ich glaube, wir fangen jetzt gerade an mit der Maloche und die Shelter fertig zu bauen. So eine Scheiße, ey, kann das aus sein. Es geht so, so fix mit Entzündungen, mit Dreck. Der menschliche Körper ist nicht darauf ausgelegt, Wasser zu speichern oder lange Zeit ohne Wasser rauszukommen. Ja, leider haben wir keine Höcker, ne? Wie die Kamele. Wäre aber wenigstens mal was. 3, 2, 1. Ich habe ein Video von Fritz gesehen, wo er selbst immer darauf reagiert hat und meinte, dass das ein Spot gar nicht so kacke wäre. Und allein wegen dem Mindset, was er hatte vorher, dass die zwei Tage davor halt so kacke liefen, wo ich wahrscheinlich auch mitbekommen, dass es nicht so ganz organisatorisch super lief dort die Aussitzung und so weiter und die Tage davor. Und das schon ein bisschen negatives Mindset bei ihm geschaffen hat, dass er deswegen schlechte Laune schon direkt an das Programmprojekt hier reingegangen ist. Und deswegen war schlecht, dass der Grund war, dass sie hier abgesagt haben, auch mit Motivationsfaktoren mit, auch natürlich mit Martins Rücken, dass sie kein Wasser gefunden haben, klar. Aber ich denke, wenn man da, wenn man da gewollt hätte, weiß ich nicht, wenn generell die Laune besser gewesen wäre, sage ich mal, hätte man vielleicht auch Ewigkeiten den Fluss hochlaufen können noch. Obwohl man natürlich auch sagen muss, dass Fritz auch ein Video hochgelandert hat, wo er den See gezeigt hat, der bei ihm in der Nähe war, der so einen Kilometer weit weg war vom Spot, während allein schon hier Papa Platte und Rhys eine Ewigkeit gebraucht hat für 200 Meter. Also durch den Dschungel, also ja, es ist wie es ist, es ist so, wir skippen wieder das Intro, damit wir nicht gesponert werden und gehen direkt rein. Tag drei. Alright, Freunde. Es geht ab. Expedition für heute startet. Wir versuchen es erneut zum Meer zu schaffen. Zum Meer, nice. Zu den Fischen. Wir haben alles mitgenommen, Freunde, für Leine. Wir werden so eine Trotline-Hest-Zoja, ne? Ja. Also quasi eine lange Schnur mit mehreren Angelhaken auswerfen. Wir haben zwei Stellnetze dabei und wir versuchen heute mal diesen Weg hier an dem Fluss entlang, der sieht echt unfassbar schön aus. Ich hoffe, dass wir nicht durch Wassern müssen. Genau, schön die Kunstnacht meiern kann, so, ah, schön, ja, geil, ich mach erstmal ein Bild, mach ein Foto auf Instagram. Das wäre der Bruch und ich hoffe, dass es allgemein etwas einfacher geht. Das ist ein Weg davon, du hast mich mal lang gelaufen. Schau mal, was wird. Schau mal, was wird, wa? Was wird. Zu den Fischis. Boah, zieh dich das rein. Na ja. Jackpot, man. Da ist auch eine so irgendwie ein bisschen Verschimmelte dabei, aber juckt. Geil, die werden sich jetzt rein... Sind das deren ersten Bären, die jetzt gefunden haben generell? Weil die hatten ja bisher... Essen habe ich bisher eh nicht bei denen gesehen, glaube ich. Der ballert noch. Alter. Wir haben gerade ungelogen eine halbe Stunde oder so hier alles tot geerntet. Junge. Digga. Diese geilen Blaubeeren, Alter. Geil. Die schmecken wie das Paradies, wenn du sonst nichts sagst. Das ist so krass. Das stimmt. Ist einfach gut, ein bisschen Zucker zu bekommen. Aber ich glaube, der Weg hier ist es nicht. Nee. Wir werden umkehren jetzt und am Fluss lang gehen. Vielleicht ist das wirklich der Way. Ja. Hier ist der Fluss wieder. Bruder, was zum Fick ist das hier? Nee. Also ich würde 5 Euro drauf wetten, dass wir den Spot haben mit dem beschissenen Weg zum Meer. 100 Prozent. 100 Prozent. Sind es diese grünen Dinger, die Affe auch immer gegessen hat direkt. Gemeint hat, die kann man essen und sowas. Wo er, wo Paul hat gemeint, er hätte Zunder draus machen wollen, was ich gehabt hätte. Und ich wusste, dass ich essen kann. Das sind das, diese Dinger. Sieht so aus, ne? Schaut euch an. Hier überall so riesige Bäume. Krass. Das ist wirklich faszinierend auf eine Art. Wenn ich hier nicht den Weg gehen müsste zum Meer, um zu angeln, würde ich es gerade krass feiern. Aber so, puh. Ungeil. Deswegen muss man halt mal an die Gegenwart denken, was jetzt gerade ist und nicht sorgen, wenn ich die Zukunft machen. Because the present... Nee, ich kann den Spruch immer noch nicht vom Kampfpupanda. Yesterday was history, tomorrow is a mystery. And today is a gift. Nein. Ach man, ich verkack das immer, das Ende. Man ey. Aber egal. Machen wir. Ich hoffe jetzt, wenn wir über diesen Hügel hier gleich sind, der vor uns ist, dass es dann nicht mehr so weit ist. Bei so jeder Bewegung, die man macht, geht der Puls so direkt unfassbar krass hoch, ne? Puh. Alter, das ist so... So, drei Leute sind noch am Leben im Battle Royale. Ja. Stuff. Vom Puls her. Ah ja. Direkt wir es so vergleichen mit so einem Gaming-Druck. Alles klar, kenne ich aber, fühle ich. Und ich bin irgendwie gespannt, wie wir das die Tage machen sollen, weil heute geht es auf jeden Fall noch. Rückweg geht auch noch. Morgen vielleicht auch noch. Aber... Ich sage ehrlich, eigentlich, wenn man ehrlich ist, geht es auch heute schon nicht mehr. Das gerade so oft krampft, was wir machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Bro, ich kann fast meine Füße nicht mehr heben teilweise. Es ist super gefährlich alles. Ja. Also gefährlich ist es auf jeden Fall. Puh. Ich habe mir gefühlt jedes Szenario ausgemalt. Yo. Tiere nachts, ich kann nicht pennen und so. Und es ist alles gefühlt andersrum gekommen. Ich kann nachts übelst gut pennen. Wir haben nichts gefühlt an Tieren. Und in meinem Kopf haben wir an so einem Fluss oder so. Und hier müssen wir jetzt ultra weit zum Meer laufen. Krass. Das Meer. Hier ist es. Wir sind da. Wir haben es. Ich sehe es. Okay. Oh mein Gott, das haben wir so lange nicht mehr gesehen. Ich bin jetzt nicht von so nah. Oh mein Gott. Wir sind da. Oh mein Gott. Ich habe es nicht einen Weg gemacht, oder? Irgendwie einen Weg geritzt. Wie gesagt, wenn sie oft laufen, haben sie irgendwann einen Weg dahin. Dann ist irgendwann plattgetreten alles. Oh mein Gott. Es ist wieder abends. Pass auf, Bruder. Hier geht es sehr, 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 sehr tief runter. Oh mein Gott. Richtige Schlucht. Krass. Oh mein Gott. Dahinten ist ich völlig. Oh. Ich habe voll das Gefühl, gerade als wäre ich dort, gerade mit mich durchkämpfen. Durch alle, wie die Kamera so ist, irgendwie. Da ist die Seezunge, an der wir gestartet sind. Oh mein Gott. Oh. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist so schön. Oh mein Gott, das ist so schön. Weil wir im Kopf die ganze Zeit diese Überlegung hin und her überlegen und sagen, übersehen wir was, wie können wir das machen, aber, aber wie sollen wir das schaffen, also es war heute schon Limit bei mir, wie sollen wir das schaffen, an Tag 10, hier hin und zurück zu laufen, an Tag 11, 12. Oh mein Gott. Ey, warum wir es jetzt halt experimentmäßig rausfinden, oder was? Hm, der sieht so geil aus. Abgegammelt. Ihhh. Schmeckt halt salzig. Wie so ein Sushi-Blatt. Da ist aber Schimmel drauf oder nicht? Was ist da? Ich sage ehrlich, schmeckt so, als könnte man es essen. Ja, aber stell dir vor, nicht hängen. Da müssen wir nachdrücken, wenn wir kotzen. Risiko. Sieht nicht so geil aus. Schau dir diese Wellen an. Wie sollen wir da aus dem Fisch fangen, Bro? Ich will auch nicht die ganze Zeit nur rumheulen, aber scheiße, ey. Also sag mal realistisch, Bro. Ich will jetzt nicht der Guy sein. Aber alles, was wir hier reinwerfen, ist weg. Und es ist Ebel, Leute, das wird noch schlimmer. Was man halt machen könnte, ist hier drüben, ist vielleicht ein bisschen eine seichtere Stelle, wenn wir ganz darüber laufen. Es wäre halt geil, wenn in einem mit diesem Becken so ein Fisch drin gefangen wäre. Man sieht, er erkennt schon, dass er mit den Tränen kämpft. Da kommen gleich die Szenen aus dem Thumbnail. Das sieht auch schon aus. Ja, aber das ist keiner. Ey, ich setze mich mal kurze Minute hin. Ja, ich auch. Ja, das ist die Stelle. Das ist die Stelle vom Thumbnail. Äh, nicht vom Thumbnail, sondern vom Thumbnail auch. Aber vom Trailer, wo alle geguckt haben. Gut, weil man da so weint, die kommt jetzt. Ich glaube, ich bin gerade eins vorweilen, Mann. Schleife. Wir wissen, dass auch NoFood durchzieht. Ja. 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 Ja, ich kann das voll verstehen, man hat sich so Ziele und gesetzt, ne? Und wollte ab rocken. Und dann ist die Lage so kacke. Und wird mit Vitalität getroffen, so, ne? Weil jetzt kann, so ein Fischfang ist halt so, weil so mehr hat echt nicht leicht. So, ich habe, ich habe einmal auch geangelt. In die Zeit war ich sogar geangelt. Einmal nur aus Juxendollerei, das war so in Florida, gut, beides Mal war Juxendollerei, es war nie am Leben und so ging es da. Aber das haben beides Mal, bei einem hat gar keinen Fisch gefangen. Beim zweiten Mal habe ich halt, da war es so extra so ein Restaurant, wo du Fische angeln selbst konntest oder solltest und der Fisch dann auch umgebracht wurde vor den Augen und du dann auch da gegessen hast, den selben Fisch wieder. Also das ist wirklich so dieses nahe Näher gebracht bekommen, okay, du angelst den Fisch jetzt hier, aber da war es auch so, die Fische, die dort im Teich da waren vom Restaurant, die waren ausgehungert, du hast halt da die Angel nur kurz reingegangen, hast ihn gehabt an einem Haken, hast ihn hochgezogen, reingezogen und sowas. Dann kam der Typ daher, der den dann umgebracht hat, ne, Schlagstock, zack und dann gedingst hat und dann ins Restaurant rein zum Braten und so. Da war es halt easy, ne, weil die Fische halt darauf ausgelegt waren, dass sie gefangen werden von den Gästen, die dort essen. Aber hier an der Stelle ist es halt nicht so, ne, das ist die Natur, das Fische da, das Fische nicht. Die Gäste ist Tag 3 und ich weine einfach. Ja. Gut auch gesagt, ist glaube ich der schlimmste Tag, so Tag 3, Tag 4 ist glaube ich so der schlimmste, das ist der Wendepunkt quasi. Lass es raus, lass es raus. Mann, Digga, ich werde es jetzt unbedingt schaffen, aber ich weiß nicht, ob wir es schaffen ohne Essen. Digga, wir fangen hier nichts. Ich weiß nicht, wie wir das aufholen sollen mit unseren 1 Meter Stillnetzen, Digga. Beide die Tränen nahe, ja. Vielleicht sollten wir es einfach trotzdem versuchen. Müssen wir. Einfach reinschmeißen. Müssen wir. Müssen wir. Lass uns zusammenreißen und diese, diese Leine ausspannen. Tag 3 und ich bin gebrochen, ey. Passiert. Ey, stell mir mal vor, was wäre, wenn ich dort wäre, ne. Ich wäre auch schon gebrochen, wahrscheinlich. Safe. Also meine Kamera auch, ist auch am brechen jetzt gerade hier mit der Kai-Hellen-Einstellung immer wieder. Checks nicht, aber... Das wäre ja auch hart. Ich sag's euch, ich sag's euch, wie es ist. Das wäre für mich auch hart. Ihr würdet mich auch weinen sehen. Wer für euch nicht das erste Mal, wer meinen Hauptkanal-Videos kennt und guckt, der weiß, dass ich nicht, dass ich öfter mal Videos auch weine. Ihr kennt mich, ihr kennt mein Gesicht, wenn ich weine. Das wäre keine Überraschung. Aber ich wäre wahrscheinlich auch da ziemlich fertig, so. Also ich meine, versteht das nicht falsch, ne. Wir machen trotzdem weiter. Aber ich will weiterkommen als Tag 7. Hm. So, wir bauen jetzt eine in die Meeresangel. Das ist so die Urzeit, wo dann die größeren Fische... Man erkennt das einfach immer an den Möwen. Das ist unsere Hoffnung. Das wird der Schwimmer sein. Und wir brauchen einfach die Möglichkeit, weit rauszukommen. Deswegen ein großes Blei. Damit wir richtig schön weit rauswerfen können. Wenn wir heute einen Fisch fangen, das wäre so schön. Das wäre geisteskrank. Entweder gibt es heute Feuer und Brühe. Ich muss kurz das Blei ablegen, sonst reiße ich mir den Haken rein. Feuer mit Brühe oder Feuer... Oder Fischsuppe. Mit Lachs oder ihr... Das ist das scheiße gar was für eine Sorte, gell, sei ehrlich. Ja, gut. Das ist scheiße. Nein, ich würde sagen, Lachs schmeißen wieder zurück. Heute keinen Bock auf Lachs. Heute keinen Bock auf Lachs. Okay, wir melden uns gleich vom Wasser. Fall hier nicht runter, sonst ist es game. Oh, Kamera, mach kein Auge. Kommen wir rein, ist vorbei. Das letzte Problem, das ich sehe, ist halt wirklich die Algen. Dass uns da alles hängen bleibt. Okay, wir machen jetzt mal den kleinen Test. Einfach mal den großen Test. Machen wir mal den Test. Okay, bin ich bereit? Erster Wurf. Erster Wurf, go. Geht. Konstruktion geht. Ach so. Boah. Jetzt sind wir heute weiter raus. Boah, knapp. Aber Konstruktion? Konstruktion die gute Konstruktion. Jetzt gilt es, weit rauszukommen. Da, wo die Möwen sind. Da. Überall da wird gejagt. Wir haben einen Versuch. Wir haben 50 Meter Schnur hier in etwa in die Klassikflasche. Ach so. Ich dachte gerade, das ist der Schwimmer. Ich dachte, er meint Sascha ist der Schwimmer. Der geht schwimmen. Aber ich meinte, er meinte das Holzstück, was er geschnitzt hat. Das ist der Schwimmer. Ich dachte gerade, Sascha schwimmt jetzt raus. Und ich weiß die Angel irgendwie so. Das hier behalte ich in meiner Hosentasche. Das dürfte, wenn wir auswerfen, eigentlich aus der Flasche abrollen quasi. Wie eine Angelrolle. Ich hoffe, es verändert sich nicht. Ich habe es ganz soft aufgelegt. Wir haben einen einzigen Versuch. Ansonsten ist das alles weg. Bleibt es hier den Algen hängen, ist Game Over. Wir müssen aber in diese Richtung werfen. Es sind überall Algen. Da springen die ganze Zeit Fische raus. Halt drauf, halt drauf. Wir halten drauf. Let's go. Das wird nur noch besser. Drei. Zwei. Eins. Komm. Jawohl. Leck mich am Arsch. Das hat geklappt. Heb die Flasche. Das hat geklappt. Die Scheiße hat geklappt. Der Fisch schwimmt und das hat geklappt. Das hat geklappt mit der Flasche. Pass auf. Hoch, 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 hoch. Klippe. Scheiße, die Schnur. Ja, die Schnur ist jetzt in den Algen. Scheißegal. Siehst du unseren Fisch? Boah, da springst du geiler. Ich sehe sogar unseren Fisch. Oh, wir sind genau richtig. Wir sind genau richtig. Wir sind genau richtig. Der Köder ist draußen. Hängt irgendwo an den Algen. Was mir am meisten Sorgen macht, was mich richtig aufregt, dass die Möwe weg ist. Ist jetzt hier fertig die Fangsaison? Ja. Die Möwen sind weg. Überleg mal, wir waren richtig nah dran an den Lachsen. Also, es könnte echt die Taktik sein, mit der wir hier zum Erfolg kommen. Es ist immer viel Arbeit. Jetzt müssen wir erstmal in den Knoten, Leute. Jetzt dauert es. Und viel Materialrisiko. Jedes Mal. Egal. Ein Fisch und dafür das verlieren, wäre es mir wert. Dann essen wir die. Dann essen wir den Salat. Der hat keine Kalorien, oder? Das bringt halt nichts. Das bringt uns halt... Das ist der Latschrumpf der BZ. Das bringt uns nichts. Das ist der Latschrumpf der BZ. Wir können das alles probieren. Das können wir alles essen. Aber so weit sind wir noch nicht, glaube ich. Sind wir schon so weit. Mir wäre eine Muschel lieber. Eine Muschel. Es soll eine Muschel sein. Aber wenn uns die umbringt... Zur Hauptspeise, mein Herr, haben wir... Niesmuschel. Ja, das sind die Muscheln auch, die ich auch schon mal gegessen habe. Die Frage ist nur, war nicht irgendwie ein Problem mit Red Tide oder sowas? Ist das nicht auch da gerade irgendwie so? Servus. Die werden am Schneidebrett hier serviert. Das ist ein Träumchen. Ey, das Schneidebrett lag ja... Also kein Schneidebrett, aber das lag ja einfach rum. Das ist von irgendeinem Möbel. Ich lieb Möbel. Ja. Ich lieb Möbel. Vor allem im Meer. Total. Ja, wollen wir mal gucken. Wir machen Feuer hier richtig, richtig schön. Wenn wir jetzt ein paar Treibholz spalten... Und dann seid ihr live dabei. Dann wirkt unser Feuer. Ja, Gott sei Dank. Feuerzeug auch in der Flasche. Ja, Gott sei Dank. Ein schönes Feuerzeug haben wir in der Flasche. Richtig schönes. So. Direkt nach dem Powernap fahre ich im Wasser scheißen. War eh nackt drin. War bis zur Hüfte drin und habe hier das Cape rausgeholt. Und das ist jetzt super frisch. Frischer wird es nicht. Du hast es schon mal probiert. Du willst das ganze Stück essen? Ich esse das ganze Stück, ja. Brauchen wir das mit Wasser runterspielen? Nee. Geht so? Sau trocken im Mund. Das werde ich brauchen. Okay, guten Appetit. Wir haben kein Süßwassersee. Das ist einfach unsere Nahrung jetzt, ne? Ja. Alter. Hm? Geht begeistert anders aus. Sagst du was nun kommt? Er wollte vorhin Käfer essen und so, ne? Er war der Erste, der dabei war, der sowas essen wollte. Jetzt mit ein paar Blättern hier zieht das Gesicht da ja. Was? Das geht gar nicht. Es sieht gerade eher so aus, dass Romata voll weg lecker finden und Dreivichse gar nicht. Das ist wirklich eine Wahl, ne? Ja, vielleicht müssen wir es doch runterspülen, wenn man mehr isst. Na, geht dann. Ich weiß nicht, ob das gutes Zeichen ist. Wenn man Sachen runterspülen muss. Dann kam das auf jeden Fall ganz doll. Na ja. Und wo ist jetzt die Einblendung mit wieviel Kalorien diese Dinger haben? Die haben wir schon so oft gezeigt. Bei den Beeren wissen wir ja schon, dass 63 Kalorien 100 Gramm haben. Aber was ist mit den Algen da? Mich voll gerne interessieren. Wann mal, ich google jetzt einfach mal. Ich kann ja einfach selbst googeln, nur eine Sekunde. Ich weiß nicht, ich google auch hier so. Äh, Seealgen-Kalorien. Seetang. Ich weiß nicht, ob das Seetang ist, aber der hat 184 Kalorien. Der hat dreimal so viel wie die Beeren. Das ist krass. Aber nur, wenn es die Eigenart Wakame ist. Und da wissen wir nicht, ob es die Eigenart Wakame ist, weiß ich nicht. Aber die hätte zum Beispiel 884 Kalorien. Äh, das wäre krass. Die Beeren, ja. Sogar Kalkohlenhydrate, 8,6 Gramm. Oder jetzt ist die, keine Ahnung. Aber, äh, das ist krass. 18 Gramm Eiweiß sogar. Aber nur diese Wakame-Alke, ich weiß ja nicht, was das da ist. Keine Ahnung. So, wir bauen jetzt hier gerade die erste Wand. Das ist unsere Köpfe, dass es nicht so zieht und nicht reinregnet. Die ganzen Treibholzstücke sind schon richtig tief in der Erde eingegraben. Da haben wir echt viel Glück mit dem Sand für die Stabilität. Die noch nicht, wir brauchen noch deutlich höhere. Da sind locker 30 cm drin. Da braucht man echt riesen Stücke, die auch nicht zu schwer sind, dass wir die hierher tragen können. Wir gehen, glaube ich, gleich nochmal los. Hallo, Kackbär. Du bist der beschissenste... Jeder Bär, der hier ist, ist der allergrößte Loser auf dem Planeten. Du hast einfach 37 Revierkämpfer am Stück verloren und musst jetzt hier im Sumpf hocken. F*** dich. F*** dich. Wenn ihr jetzt hier einen seht, ich sprinte zu dem Holm und ziehe einen Kieferhaken. Das würde ich so gern sehen. Der würde doch nicht mal gegen eine Nacktschnecke sein Revier verteidigen. Also jeder Bär, der hier langkommt, ist der größte Versagerbär. Wenn ich jetzt die Bären noch herausfordere und challenge, dass die doch runterkommen, weil sie sich jetzt herausgerautet fühlen. Komm doch. Frösche und Molche, weil er so kacke ist, dass er nicht mal einen Hasen kriegt. Der ist so leicht, du wirst begeistert sein. Aber wenn wir den zu Baum benutzen oder für Feuerholz? Nein, ich werde alles zu Baum benutzen. Können wir auch echt mal probieren, wenn das Feuer heiß genug ist, brennt der Scheiß vielleicht. Ich meine, es ist morsch und trocken. Wichtig ist ASMR hier, wenn ein Trimix einem ins Ohr atmet, so. Ah ja, viele Kalorien dabei jetzt? Ne, westliche Kröte. Anaxyrusboreas. Die westliche Kröte Anaxyrusboreas sollte nicht verzehrt werden. Ah, nicht verzehrt werden. Nämlich das Trimix, oder wer wäre gerade dran gewesen? Ah, Jan und Joey. Wie viele Krötenarten scheiden auch westliche Krötenhautsekrete ab, die Giftstoffe enthalten. Diese Hautgift dient der Verteidigung gegen Haupttiere und können bei Menschen und anderen Tieren Vergiftung verursachen. Also ich hoffe nicht, dass Trimix jetzt wirklich die... Er hat ja von auch nicht so eine Kröte gesehen. Er hat gemeint, die ist hässlich. Die esse ich nicht oder sowas. Irgendwas war da nochmal, oder? Ich hoffe. Würde ich auch nicht essen wollen. Noch ein Haustier mehr. Vielleicht auch eine Nahrungsquelle. Nein. Aber sehr reulig. Ich schmecke den super. Ja? Ja. Nein. Wir haben noch kein Feuer. Und den können wir jetzt nicht morgen essen. Dann ist der nicht frisch. Weißt du? Wir haben schon schluckt so. Läuft uns ja der Speichel in uns zusammen hier. Gut, Laune sieht anders aus. So, und jetzt fangen wir an, die Konstruktion für die Hütte zu bauen. Wir haben reichlich Material, man sieht. Wir haben viel geholt. Jetzt fangen wir an. Lassen. Geht's rückab, bitte? Ah, ja. Der geht nur mal runter, bitte. Dass sich alle auch so trauen, so am Strand zu bauen. Mein Instinkt hätten gesagt, so lieber nicht auf dem Strand bauen, sondern eher weg vom Strand. Wegen Flut und sowas. Dann baust du was mühsam. Wir haben auch hier auch Trimax Romatra, wenn da die Flut mal kommt oder so, ist das Ding weg. Jetzt hochschieben. Okay, der ist etwas schreckt. Diese Schnur habe ich gefunden am Strand. Das kommt wahrscheinlich von so einem Fischerkutter. Und das können wir ja komplett in Einzelnen trennen. Dann haben wir ja ein, zwei, drei, vier, fünf, acht mal, ja, Meter zehn gefühlt. Oh, die Tanne ist schon komplett geschält. Das nächste kommt die hier. Und ich muss offen und ehrlich zugeben, ich könnte mir keine bessere Beschäftigung vorstellen, als diese Bäume zu sägen gerade. Das ist körperlich nicht zu anstrengend. Also Steine lecken und Bäume schälen. Das ist ein neues Hobby. Und das ist jedes Mal ein Erfolgserlebnis, wenn so ein Ast abgeht. Und ich meine, guck mal hier. So ein Ast. 10,0 komme nichts ab. Und es fühlt sich so nice an. Also das Ding jetzt noch komplett entschälen hier. Und dann geht es ins Bauen wieder. Mittlerweile blauer Himmel und alles. Also das ist ja wirklich herrlich. Gerade, gerade wieder richtig geil ist alles. Okay, jetzt bauen wir weiter. Wir haben Material ohne Ende geholt. Jan hat gesägt wie ein Meister. Da vorne haben wir Stämme ohne Ende. Das sind insgesamt zwölf Stämme, die wir gesägt haben. Da ist das ganze Material. Das brauchen wir auch später für Dichtung. Und hier haben wir die erste Konstruktion. Jetzt geht ein Fall in die Richtung und dann kommt einer quer. Dann haben wir halt so eine Art Quadrat. Und dann stellen wir halt quasi alle 40 cm einen weiteren Stamm. Kann man, wie so ein Grill. Und dann müssen wir das auch binden. Oben und unten. Und wir haben halt dieses Seil gefunden. Und damit binden wir das, dass es wirklich der Konstrukt fest ist. Dann haben wir erstmal, dann haben wir schon richtig viel geschafft. Und dann geht es weiter. Ich nehme die Äste oben an. Joey schiebt die hoch. Und dann knoten wir das Ding schön fest. Du bist ja auch der Parcours-Laufer, ne? Ja, ja, ja. Deswegen. Ihr kommt hier auf den Kopf. Und dann klettern wir kurz hoch da. Musik wieder für die Gäste. Auf der Stirn sitzt da drauf. Ja, klar. Vorsichtig, dass der Till jetzt nicht einbricht. Das wäre natürlich richtig wild. Ja, easy. Oh, ich dachte. Einfach plüpp, einfach weg. Was wird passiert? In den Backrooms gefallen gerade. Ich war so konzentriert. So wird langsam ein Dach. Wenn wir das hier in Musik gespielt haben, aber jetzt keine Zeitraffer gemacht haben. Kamera. So weiß ich mich auch wieder nicht. Lass es mal gut sein. Hautfarbe ist okay. Lass es mal im Blau, dass das Licht hinten jetzt so gelb ist oder grün. Weil ich hab, ähm, wenn ich mein Fernseher, wenn ich die Fernbedienung drücke, erinnert sich das Licht da hinten, wenn ich im Bett liege und Fensi gucke. Deswegen will ich das ein bisschen umstellen. Mal, warte, Sekunde. Ich stelle so hier, zack, boom, bang. Mal wieder Blau rein. Sehr wichtig ist daran. So, ist wahrscheinlich die Kamera wieder besser. Okay, Freunde, wir nehmen jetzt hier ein paar Steine auf jeden Fall mit. Ja, als Krogummiersatz zum Ablecken wahrscheinlich, ja, verstehe. Das ist auf jeden Fall nicht umsonst, umsonst der Trip hier. Weil bei uns gibt es absolut keine Steine aus irgendeinem Grund. Und dann können wir in der Flasche abkochen, was ein huge Upgrade ist. Man muss halt bei Steinen am Wasser immer drauf achten, dass man die irgendwo nimmt, wo die jetzt nicht die ganze Zeit nass werden. Sonst platzen die uns im Feuer, also nicht von unten nehmen. Deswegen nehmen die extra von oben. Kann natürlich theoretisch trotzdem sein, dass die platzen, aber hoffen wir einfach mal nicht. Das ist die Stellnetze, errichten, Bro. Die Fische kommen bei Flut hier rein. Ja. Und wenn die raus wollen, hatchen wir die. Genau. Wir müssen es versuchen, Bro. Ja, wir versuchen es. Hier. Ja. Hier machen wir... Ja, vorne an dieser Enge hier. Ja. Super crazy groß ist es nicht, aber... Hat auch auf jeden Fall kleine Maschen, also wir werden eher so ein bisschen kleinere Fische fangen damit. Ich habe jetzt hier so zwei so Stöcker gefunden und Dominik hat so einen Prügel gefunden. Ja! Und damit holen wir es jetzt rein. Ich hoffe, das funktioniert. Ist ja ein gutes Upgrade. Ich weiß nicht, wie Sie es befestigen wollen, wenn die Flut kommt, weil die ist ja ziemlich reißerisch wahrscheinlich, die Flut auch. Oder? Und dann, dass die Stöcke dann stehen bleiben gerade oder so? Muss es stehen? Ich weiß nicht. Netz ist fertig. Ist jetzt nicht Killer Killer. Aber wir werden es auf jeden Fall mal probieren damit. Wir haben jetzt überlegt, ich gehe vielleicht da rüber zu diesem Stein. Dann können wir es an den Stein, quasi am Stein ran machen. Und Dominik wird seine Seite dann hier befestigen, bei diesen zwei Steinen hier, dazwischen. Einfach mal in den Boden stecken und gucken, was passiert, Leute. Ja. Ist unsere Hoffnung. No sexual. Was? Soll ich das rüber schmeißen? Also ich stecke immer in den Boden. Was? Immer außen rum. Nur wenn ich durch Wasser laufe, ist okay. Wir können auch hier machen. Das wäre auch nilch. Also einfach überlegt, ja. Hier so? Ja. Das soll halten? Ist gut, lass machen. Was? Wie bitte? Hä? Da kommt doch die Flut und das Ding ist weg, oder? Also ich stelle mir das ein bisschen zu leicht vor hier. Dürfte man Vogel fangen mit dem Essen? Ich würde ja, so war ja verboten, aber und so Bären. Aber sind Vögel erlaubt? Ja, unser Schnurcontainer ist gefickt, Leute. Schau mal hier. Dieser Deckel geht ab. Kannst du kurz einen geilen Knoten da machen? Ja. Okay. Das Netz ist fertig gespannt. Wir haben es da hinten einmal festgeschlagen. Hier einmal zwischen so einen Stein gelegt. Und dann hat Dominik hier noch an so einem Mond oder was es ist, das noch so fest verschnürt. Ich hoffe so sehr, dass das uns erstens ein Fisch bringt und zweitens, dass es erstmal überhaupt hält. Okay, wir müssen unbedingt nach Hause, man sieht die Sonne nicht mehr. Wir müssen uns ehrlich beeilen. Let's go. Wenn das uns ein Fisch bringen sollte, bin ich der glücklichste Mensch auf Erden, wirklich. Haben wir jetzt hier gerade schön Pause gemacht. Oder machen noch Pause. Ich werde mich auch gleich nochmal kurz hinlegen. Also Sonne ist heute gar nicht. Die schafft es nicht, den Nebel wegzudrücken, obwohl sie da oben steht. Krass, ne? Bei denen ist keine Sonne, aber bei Joey und Jan ist Sonne voll. Das ist krass. Aber klar, Wolken schieben sich halt auch, ne? Da sind manchmal Lücken, manchmal nicht. Das ist schon verständlich. Jetzt erstmal Vlies reingereicht und mir auch mal jetzt gegönnt. Ist schon krass, wie kühl ein wird, ne? Ja. Der Körper hat halt nur das Fett zum Verbrennen. Und das braucht halt. Aber Hunger bei dir? Immer noch nicht. Gar nicht, ne? Ich war aber immer noch nicht scheißen. Das macht besorgen. Ich war jetzt auch nicht scheißen heute. Also ich scheiß sonst jeden Tag mindestens einmal. War jetzt Dirty Talk jetzt hier. Im wahrsten Sinne, das war das Dirty Talk gerade, ja. Muss auch nicht. Ich muss morgen scheißen. Ja, wenn nicht, musste mal probieren einfach zu drücken. Ja, aber wenn man nix isst, dann kann man auch nicht scheißen, ne? Oder haben die auch Beeren. Durch Spaß beim Lernen. Muss halt raus, ne? Naja, wir machen jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Päuschen und uns wetzt hier keiner, ne? Genau. Und dann wird beim Lager, ne, dann wird erstmal Wasser geholt und dann wird beim Lager weiter erbaut. Oh, Alter. Umgeknickt, bleib auf Kamera. Apropos Essen, fände ich noch ein, ich hab hier noch Gebäck rumstehen. Hätte ich heute Morgen zum Frühstück essen können. Ist mir jetzt eingefallen. Ja, ist noch ein bisschen weich. Und ich mag's nicht, wenn so Sachen so schnell so, oh man, ohne auszustellen Sachen so hell werden. Was ist für ne Kacke da. Ne, mach auf Kamera, lass sein bitte. Lass gut sein. Direkt raus. So. Es ist sehr kalt geworden. Alter. Wir haben uns jetzt aus unserem Schlafplatz, von unserem kleinen Mittagsschlaf nach hier unten. Ja, geschlichen kann man fast sagen. Weil wir kein Wasser mehr da haben. Ja, es wird ein bisschen mal getrunken. Ich weiß nicht, warum jetzt so kalt geworden ist. Nebel, windig. Ich kenne es aber auch, wenn ich nichts esse, dann wird mir auch mal unglaublich schnell kalt. Das ist, glaube ich, komplett normal. Wenn der Körper kein Feuerholz kriegt zum Heizen, dann wird er kalt. Ja. Ach guck mal, Flut haben wir auch wieder. Aha, wie hoch die steht. Die ist schon sehr hoch. Das haben wir euch vorhin noch gar nicht erzählt. Diese zwei Stämme da sind auch neu. Ah, so. Die kamen über Nacht. Krass. Und hier seht das ja, wie es jetzt aussieht hier. Total zugezogen. Man sieht die Küste gar nicht mehr. Aber irgendwie auch sonnig. Ganz komisch. Hey, das ist aber schon witzig. Das ist wie so ein PC-Spiel, wo dann random dann so Sachen gedroppt werden. So. Für die Zeit, die so spawnen einfach, die du sammeln kannst. So, jetzt wieder hoch. Weiter arbeiten. Müssen schaffen. Wir haben das jetzt fertig belegt. Das Dach ist quasi jetzt auch fertig. Jetzt machen wir sehr viel grünes Zeug, um die Spitzen zu schützen, damit die Folie nicht kaputt geht. Aber wenn das passiert. Er meint, um die Folie vor den Spitzen zu schützen. Guck, 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 guck. Guck, guck. Guck, guck. Kennt ihr Koro? Dort gibt es über 1000 Produkte von Superfoods bis Energy Balls. Direkt von den Erzeugern... Energy Balls. Habe ich auch welche hier. Also ne, ich habe wirklich welche hier gerade. Gute Umwege. Und die Qualität ist einfach top. Probiert es selbst und nutzt dafür den Rabattcode 7WarsWide. Damit spart ihr 5% aufs komplette Sortiment. Und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Danke, dass ihr euch die Werbung angeschaut habt. Und jetzt geht es weiter mit der Folge. So, wir haben jetzt nochmal umgemudelt. Wir sind jetzt mitten dabei. Heute bin ich geskippt. Ich habe gemerkt, dass die Werbung halt echt kurz ist. Und ich die halt echt nicht skippen brauche. Das kann man easy mal durchgucken. Die zweite Wand zu machen. Die wird aber jetzt nicht so aufwendig. Die wird mit Lücken gemacht. Und dann kommt eine Plane oben hin. Damit, wenn die Wetterseite... Wenn der Regen von der Wetterseite stark kommt, dann wird er auch ein bisschen geschützt sind. Einfach vorsichtshalber. So Freunde. Andi hat noch eine Geschichte für euch. Weil ich hier eben irgendwo hänggeblieben bin. Und ein bisschen gestolpert bin. Da hatte mir was mitgeteilt. Erzähl mal den Leuten, Andi. Was war denn da gestern? Ich wollte es erst nicht erzählen. Aber gestern bin ich am Strand, also am Strand an der Küste langgelaufen. Hab noch gescoutet. Guckt die Leute dabei ruhig an. Ich bin wirklich sehr, sehr weit gelaufen. Und dann dachte ich mir, Alter, das ist jetzt bestimmt schon eine richtig lange Zeit vergangen. Ich sollte mal jetzt zügig zurück, weil Gerrit macht sich Sorgen oder Gerrit macht sich jetzt auf dem Weg und er soll ja nicht langlaufen. Weil es übrigens gefährlich ist, an der Küste langzulaufen. Alles glatt. Ich zügiger. Ey, das funktioniert ja voll. Okay, noch ein bisschen zügiger. Dann rutsch ich mit dem rechten Fuß weg, weil halt alles glitschig ist. Ich schwör es euch. Es ist alles glitschig. Fang mich mit dem linken Bein. Rutsch da auch weg. Fang mich mit dem rechten Bein wieder so. Bam, bam, bam. Rutsch wieder weg. Und dann hab ich mich gefangen und guck direkt nach hinten, ob Gerrit geguckt hat. War natürlich Quatsch, aber das ist so ein Reflex, wenn ich scheiße dumme Sachen mache, guckt Gerrit meistens immer. Und deswegen, oh, hat er geguckt? Gibt's richtig Schelte, Alter. Aber ist alles gut gegangen? Eigentlich bin ich ganz kurz gedacht, dass es doch in eine andere Richtung geht. Ich hab mir ganz kurz gedacht, die geht in eine andere Richtung. Wenn es scheiße gegangen wäre, hätte ich mich geärgert, weil keine Kamera dabei war. Aber so, alles cool. Ich glaub, das wäre aber richtig krachen gegangen auf den Klippen, Alter. Ich glaub auch. Oh, ich hab mir was aufgerissen. Ja, locker. Schön Schädel aufgeschlagen, zack, blutend da liegen, bewusstlos, von der Flut weggetragen. Geil. Irgendwo. Stimmt. Weißt du, die Leute im Camp sehen dann einfach deinen GPS-Tracker immer weiter auf den Ozean treiben. Also plötzlich, wenn es nicht so traurig wäre. Aber weißt du, was ist denn eigentlich, wenn einer von uns so einzeln läuft und dann bewusstlos wird? Ja, nicht machen. Ja, ja. Ab jetzt nicht machen. Ja, ja. Also wirklich, also gestern ging es noch, aber ab jetzt nicht mehr alleine. Ganz ehrlich. Ich war dann so süchtig auf einmal. Ich hab's richtig gemerkt. Ja, ja. Das war mir schon klar. Und ich wollte noch eine Ecke angucken. Und noch eine Ecke. Und dann dachte ich mir, oh scheiße, ganz schön weit weg schon. Aber zu diesem Sandstrand, den Anni gefunden hat, wollen wir dann jetzt hier nochmal durch den Wald laufen dann. Das ist geil. Das ist gut für den Kopf auch, wenn du das siehst. Ich glaub's. Da gehen wir dann mal so richtig schön einen wegbaden, Alter. Wenn's das Wetter noch zulässt. Schön einen wegbaden. Jetzt heißt es, Plane auspacken. Es ist soweit. Wir haben schon ein bisschen vorbereitet. Unten zum Schutz, oben die Dicke, damit wir die andere Seite ein bisschen Plane haben. Und hier kommt jetzt unser Hauptplaner rauf. Das ist geil, wenn ich hier so ein bisschen Gapha gesaved kriege, oder? Ja. Ich wollte das ein bisschen festkleben. Auch nicht schlecht. Ich sag noch, Wärme dämmt jetzt gleich noch. Isolierfolie noch rein, oder? Leider haben sie keine Isomatte. Sieht du das gut aus. Mit Hilfsstock, der es rein langsam anlegt. Ja, so Trommelaufnahmen, wenn's schnell ist, besser. Die Aufnahmen vorhin bei Joey und Jan, die waren ein bisschen doof, weil das war ja nur einander geschnitten, das finde ich schon richtig boring. Vielleicht war so ein Schnittfehler, weiß ich nicht. Aber vielleicht wollte es auch nicht nur Zeitreffereien machen, kann auch sein. Hier seht ihr das immer schön, alles festgelegt, bis oben hin. Die andere Seite brauchen wir nur die kurze Seite, das reicht uns. Weil hier unten ist eh so viel Zeugs, da sind so krasse Bäume. Das passt auf jeden Fall. Die müssen wir noch fixieren, damit die nicht quasi mit dem Wind zurück bounce. Und dann ist das schick. Langes Dach, kurzes Dach, geiles Bett. Hinten für den Kopf noch einen kleinen Schutz. Und dann ist das geil. Ey, wie groß das ist? Du kannst sogar nicht stehen. Krass. Hier rechts. Aufenthaltsbereich, Schlafbereich. Den Aufenthaltsbereich hätte man vielleicht ein bisschen freieräumen müssen, aber ja. Ja, dann noch einen Keller noch reinbauen und so. Ja, einen Dachboden. So, wir haben jetzt nochmal gut lang Pause gemacht. Sonne setzt sich jetzt. Jetzt haben wir uns gesagt, wir gehen jetzt nochmal ein bisschen Grün holen fürs Bett. Einfach aufstocken. Je gemütlicher, desto gemütlicher, sagen wir immer. Haben wir uns auch richtig geil unterhalten. So über so tiefgrünige Sachen. Das war irgendwie auch gut für den Kopf, muss ich sagen. Ja. Also es ist krass, über was man sich hier vor Ort alles Gedanken macht. Ja. Du. Ja. Weil du halt komplett isoliert bist von einem. Also klar, man hat es ja am besten Kumpel bei. Aber trotzdem. Man vermisst trotzdem die anderen Menschen sozusagen. Kein Einfluss von Medien oder irgendwas. Das ist krank, was das mit dem Kopf macht. Ja. Relativ oft. Ein gutes Detoxing, glaube ich, sind auch. Ja. Aber ich muss euch noch sagen, was geistreich ist, habe ich es auch wieder vergessen. Auf dem Moment, wenn ich irgendwas geiles sehe. Achso. Ich wollte sagen, dass ich es krass finde. In der Staffel gibt es viel mehr Leute, die Sachen bauen. Ne. Viel mehr, viel mehr so Dinger. Weil ich glaube, Staffel Feuchtstoff Panama gab es wenige Sachen, die gebaut wurden. Sabrina hat was versucht zu bauen, ging kaputt. Nova ging nach Hause. Ähm. Knossi hat sowieso noch rumgestanden und gewartet. Sascha hat noch was gebaut. Stimmt, was Kleines? Das stimmt. Und Fritz auch. Sowas krasses gebaut. Hier, Otto hat ja auch unsere Höhle gerade anfangs, so war auch wenig gebaut. Später hat ein bisschen was gebaut, aber auch nicht so krass. Also ich glaube, die sind glaube ich die Bauspezialisten am Start. oder so, dass ich das Handy zücken und eine Story machen will für uns, für unsere Zuschauer. Aber hey, warte mal, ich kann gar keine Story machen. Es ist wirklich krank. Aber, wieder schön sonniger Tag jetzt zum Ende gewesen. Wir sind jetzt so motiviert, dass wir noch mehr Grün holen, damit es wirklich eine geile, gute Nacht wird. Und dann geht's morgen ins Fischen. Und wenn wir was fangen, dann ist das Ding, dann schreiben wir euch an. S, fuck man. S, fuck man. S, fuck. Oh, haben sie was gefangen? Ich-I-Fan. Ja, ich-I-Fan. Ich,-I-Fan. Ja, Lass, lass. Alles gut, komm. Gib mir die Brühe rüber. Jetzt warmimmal warm, oder? Oh, fuck. Oder, expire. Nein, nein, wir machen's erstmal warm. Wenn's nicht geklappt, dann haben wir die Brühe verkackt. Also wir kochen, 儘ke immer vorher. Das erste Mal auch in einer Plastikflasche. was soll passieren wenn man die nicht mehr haben sie mal ganz schön aufgeschmissen ja er macht es doch nicht da drin so gut der hitze kein metallplatte oder sowas da reinstellen ich weiß ja ja perfekt ich weiß nicht ich weiß so wenig wasser nicht voll machen was recht wohl ist es irgendwie mischen hat schon gekocht wir müssen wir müssen es mischen löst sich auf das war riecht schon richtig lass riechen ganze flasche immer doch mehr wasser nehmen soll ja genießer hier heiß wie es ist perfekt vor dem person ja perfekt vom geschmack her das ist die beste suppe meines lebens eben nur ganz weg wirklich ganz weg die zunge angenippt ruhig trinkt boxen boxen box net dann würde ich sagen packen wir da jetzt die muschel reinkommen abfahrt jetzt kommt die hauptspeise rhein oder perfekte blut 4 muscheln sie sollen nicht schon die müssen schon brutal sein so dass also ich am muscheln gemacht hat aber meistens kochende wasser dann gehen die ein bisschen auf und dann sind es doch ich fertig wenn die so ein bisschen aufgegangen sind dann kann sie so aufknacken und dann raus essen ja aber das ist gar nicht offen oder zu es muss durch sein scheiße jetzt einfach rein oder ich erst mal dran wenigstens schneiden auch richtig fischig mit der kenten und richtig muschel ich ja muss schon nicht nach nichts liefen eigentlich ein stücker fisch ist doch mega ist nicht so wenn fisch nach fisch richtig so schlecht ist ich so eine regel irgendwie so tasche durch es war 62 das käme da weiß ich jetzt auch nicht ich weiß es nicht sie weiß nicht war wie ist es orange rot breitheit oh ja ist es das schneiden wir damit sie durch ja rote verfärbung der muschel kann von der rete kommen was auf schädliche algen ihre toxine hinweist ja deswegen nicht essen weiß ja damit er so weiß was komisch ja nicht in der mitte ist ja weiß ich weiß ich weiß es nicht wie liegt es richtig komisch also es riecht es riecht nach muscheln probieren was man schlucken sonst nicht runter nicht runter schlucken das ist echt wenn wir die falsche muscheln ist lecker die fleisch unglaublich gut ist so lecker sagt auch der körper dass sie mir sitzen kann nicht recht etwa war nicht stark oder sag mal ja ich glaube vor einer platte die leute gefragt das wäre wohl die man gegoogelt es wäre wohl red halt wirklich auch dort vor ort also unwahrscheinlich ist nicht dass ich es dort jetzt gerade einverleibt haben sich hier verdammte kacke sascha wenn das wirklich gift ist dann war es ein leckeres letztes mal dann gehen wir heute nacht das ist wirklich kein spaß lass lieber eine reicht no joke so die hannah fleißig am schnitzen sieht schon richtig richtig gut aus finde ich die auf jeden fall in die richtige richtung dann kann man das später nutzen um was aufzuhängen oder mal gucken wofür das genutzt werden kann und ich werde jetzt hier mal kerben reinhauen links und rechts damit unser bestell auch ordentlich steht habe eben noch ein bisschen weiter geschnitzt hier an meinem bogen und da jetzt ordentlich was sagt man anzünder gesammelt so ich mache jetzt immer von beiden seiten hier rein und wird dann langsam das holz rausschlagen wir werden später wahrscheinlich auch den betonern noch mal ein bisschen kleiner machen weil der ist einfach das schlägt mich einfach selber an und dann immer von beiden seiten und dann kratzt er es langsam aber sicher heraus das ist jetzt meine arbeit hannah hat hat gerade den übelst geilen klopper gefunden der ist einfach richtig perfekt und darauf herum zu kloppen und damit seine dinger besser zu bauen da bekommt man nämlich viel tiefer rein und schlägt sich nicht immer selber in den ellbogen rein wie so ein dully ich sage was gedanken ich gerade gekommen bin so wie krass die menschen eigentlich sind wir können ihr werkzeuge nutzen was zu bauen währenddessen reden was wir gerade machen so ein affe zum beispiel der könnte das vielleicht hier bauen aber könnte ich währenddessen noch irgendwie unterhalten und sagen was ich da gerade mache und sowas ich glaube affen sind neben uns menschen die einzigen lebewesen die auch werkzeuge benutzen als dass der vogelarten das geht auch so ein vogel der sonst der so ein kaktus kaktus stacheln nimmt und dadurch würmer aus dem aus irgendwelchen bäumen oder ästen raus zu pieksen ich glaube da gibt es auch vogelarten die werkzeuge benutzen vielleicht die einzigen säugetiere die werkzeuge benutzen kann sein dass affen das dann irgendwas weiß ich mit affen dass die einzigen sind das ist jetzt die bettkante im besten fall aber also besser hält ganz gut in den rillen da können wir ein bisschen gegen treten und nach wie vor am schnitzvorgang und hat schon was richtig geiles gebaut stolz auf dich geil wir haben den feierabend eingeläutet haben aber ganze menge geschafft fast zehn stunden heute krass ja ein dach haben sie unser ergebnis ist natürlich nicht fertig aber wir sind gut weit gekommen guckt mal an was wir hier gebaut haben haben wir die ganze konstruktion das konstrukt gebaut ist der nester oben drin mit stemmen so und so schon provisorisch ein bisschen war mit den tanzipfeln ausgelegt haben wir alle schön dafür da wissen was oben der blick aufs blick auf den himmel ist ja so wie es ist geht auch so namen begriff der panorama fenster oder so die heißes panorama ist doch so rum egal wie ich meine umknotet mit dem blauen seil war gefunden haben und hier runter kann man erahnen damit über die nächsten tage sehr sehr sexy wird wir haben auf jeden fall eine menge motivation geschöpft die tage unsere villa hinzuknüppeln und weil es so gut läuft natürlich alltägliches szenario wir gehen noch mal kurz zum strand runter und machen den täglichen flip absoluter klassiker heißt ich trete gegen die wand macht aber ein rückwärtssalto mal gucken die energie noch reicht um das vernünftig zu machen ich bin gespannt das war nicht zum ersten mal ich fühlte es auch vergangen können aber müsste ich üben und dann muss ich üben wo ich oft hinfallen kann weil ich werde oft in fall dabei wahrscheinlich doch energie ist doch da trotz wenig essen und alles projekt mit heißen steinen abkochen geht weiter wir probieren irgendwie feuerholz aus dem sumpf zu ziehen ich suche jetzt steine das soll aber kein problem sein die sind ja überall welche wir wollen die in die ecken legen seht ihr gleich was ich meine deswegen müssen die relativ flach sein aber auch nicht zu klein ich habe jetzt die hier geholt die können wir hier ultra chillig hin tun ohne dass sie reinfallen weil sie nicht rund sind die können sich super erhitzen sind aber noch dick genug um wärme zu speichern wenn wir die schon hier hinlegen und die volle hitze ballert ich bin echt gespannt wie viel ja wie viel steine brauchen und das zum brennen zu bringen die hier so hinlegen das ding stabil noch klein habe ich sogar mitgebracht alter das habe ich so vom augenmaß gedacht wie die komplette fläche ab ziemlich genau das wasser holen und dann ein bisschen sauerstoff braucht das dinge auch noch her okay bin verdammt gespannt so also da sieht ihr schon mal sehr professionell aus die vorbereitung hier richtig schwarz geworden durch geschmolzen hier haben sich glück gehabt ja alles nicht gemacht mit badflechte nicht mit den komischen sachen die wir eigentlich entastet haben mit fucking mangrovenbüschen und mit treibholz und mit steinen und mit braunem wasser in kanistern da sind ja diese dinger kann auch die affe ist oder die dinger hier die affe so meint die kann man essen oder das sind auch die und noch mehr ich würde noch mehr klein scheiß machen oder ich lege die große rein so klein das ist klitschnass das ding das ist besser stopp die mal richtig rein da mit kraft deswegen habe ich so viel geholt alter scheiße die hand schluss abgebrannt nein was ja jetzt ist das also alles ist die außenschicht der stein also also handschuße schlecht finde ich schmelzen wenn ich soll ja helfen noch generell nicht reinfallen ist nicht rauskriegen wie viel power haben diese steine kriegen wir das damit schon gekocht ja ich sage mit drei steinen kriegen das gekocht drei steine werden reine das das ding hier kocht das ist viel wasser nach da rein achso wie lange lassen wir die darauf liegen ist die frage für den ersten schon unternehmen wirklich sicher 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 oder in wenigen minuten ich nehme einen schnell runter und tu hier rein ja ja das gezischt überhaupt ja ein bisschen ja auch auf dem stein jetzt den anderen ja und jetzt passen fast keine steine mehr rein das heißt das war es jetzt ist was jetzt warm überhaupt oder wir müssen wir machen das machen wir alles nur weil wir kein wasserfilter mitgenommen haben wir wollten keinen wasserfilter mitnehmen weil das weiß ich nicht passt zwar in die flasche aber wer zu free ist irgendwie trinkst aus wasserfilter weißt du ja ich finde aber wie sie es gewisse gedacht haben fühle ich sehr ja das wäre uns zu einfach gewesen und jetzt haben wir noch nicht mal ein kochtopf und kochen mit steinen fritz und martin können an diesen braunen kackfluss gehen strohhalm reinhalten und trinken aber dafür ist hier nicht langweilig sag ich oder nicht mehr weil sie schon draußen sind du willst mehr was aber du den mal rein der ist heiß den tu mal rein halt die kamera so sehe ich aus ich sehe viel beschissener aus als du echt? wieso du siehst ziemlich fertig aus ja aber so siehst du halt aus ne ja der typ versteckt sich hinter dem cowboyhut einem schnauzer und einer brille korrekt so ein stein rüber ja musst du jetzt schnell machen der ist richtig heiß geworden so muss es zählen das hat vorher so nicht gezischt noch ein wie schwarzes wasser geworden ist schwarz wegen dem ruß es blubbert die ganze zeit ist gut einmal kurz festhalten max glaubt dass dieses heiße wasser ungesünder ist als mikroforte wir wissen nicht dass es heiß ist wir wissen nicht dass es heiß ist wir wissen nicht ob es heiß genug ist und da ist so viel asche mit reingekommen also richtig große stücke asche vom holz ja gut wollte ich noch festhalten ich auch das ist richtig das ist ne plürre klar eine abgekochte plürre aber es ist jetzt nicht nur das braune sumpfwasser sondern zusätzlich die steine aber ich mein kohle ist ja an sich ja was gutes kohle ist ja die kannst du auch nehmen so wenn du durchverlust also nimmst du dir auch also kohle an sich ist ja clean plus die ganze asche ja ja und das hat alles 100 grad ja mindestens ist doch nicht schlimm da lebt nichts ja ist reingefallen guck mal wie das am kochen ist wir müssen die alle da reinlegen uns vorher max siehst du einen oder das ist so spaßig das macht so spaß zu gucken wie das da rein zischt und so ist geil ja da können wir auch gefühlt die kohle reinschmeißen dann transferiert die aufwärme rein wow wie das kocht toll ey ich weiß zwar nicht was die anderen teams gerade essen haha geil aber wir sind hier mit Kälbrösten beschäftigt schönes Seegras heute morgen frisch geerntet Seegras ist das nicht Seealgenwahl dann guck ich nochmal nach Seegras wieviel Kalorien das hat außerdem gleich die Einblendung wahrscheinlich Seegras Kalorien äh 327 Kalorien was Seegras gewürztes Seegras achso ok 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 jetzt bevor die Kamera leer ist, filmst du mich kurz, ich ess die scheiße. Max ist das getrocknete Kälb, auf geht's im Mund und rein. Auf geht's. Man hat gerade probiert, einfach ohne Kamera natürlich. Ich fand den frischen aus der See besser als den gerösteten. Kann aber auch sein, dass der jetzt schon tach hängt. Lassen wir den Cape, den wir da jetzt haben, weg tun, oder? Oder willst du den noch essen? Wenn du morgen neun holst? Boah, weiß ich nicht. Dann lass den lieber da. Lockt aber halt auch einen Bären an. Das Kälb lockt den Bären an? Ja. Was ist mit dem ganzen Cape da unten? Wenn das da so hängt, riecht das, glaube ich, geiler. Ich habe da nochmal einen kleinen Chip gemacht. Ich glaube, die Bären essen so über die Hälfte Kälb. Aber hier liegt noch überall ein Kälb. Aber nicht so tolle Blätter wie dir, die da haben, ehrlich gesagt. Musst du sagen. Denkst du denn, wer kommt jetzt und klappt sich diesen Kälb? Nein, nein. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 0,5 Prozent. Ja. Du trinkst das, ich trinkst eine Flasche. Was? Ja. Hä, aber wieso können sie sich einfach das filtern oder so? Durch eine Socke durch oder so was? Durch das Shirt, durch den Ärmel durch. Ein bisschen den Schmutz daraus fällt dann erstmal. Keine Ahnung. Wieso denn? Wieso trinke ich das? Ich trinke das? Dann füllst du die Flasche um. Dann füllst du in deine Flasche und ich trinkst. Und wie auch trinkst du es nicht? Trinkst du aus der Flasche und trinke ich. Das ist scheiß. Ja. Füllst du in deine Flasche und dich trinkst. Das ist zu 700 Prozent öliger als das, was in deiner Flasche drin ist. Öliger? Dann kipp es weg und dann nimm das hier. Nein, die kippen sich weg. So wollen wir das jetzt hier beide trinken? Ich trink dann meins. Das kannst du nicht vergleichen. Weißt du auch? Dann trinke ich das auch. Gut. Das dampft noch richtig krass. Boah, ist schön gelb. Alter, nicht zu viel, Max. Nein, wir machen das leer. Wir machen das leer. Weißt du, was noch abgefuckter ist? Was? Dass die ganze Asche wieder drin ist. Was? Dass alle diese eine Milliarde Pigmente. Ja? Boah, wie viel hier auch eine riesen Schicht ist. Hier liegt ganz viel im Wasser drin hier unten. Ja, der ganze Dreck hat wieder Asche. Was noch abgefuckter ist, dass ich gesehen habe, wo es herkommt. Dieser scheiß mangroven Kacksumpf, wo das steht und da nur Frösche reinscheißen den ganzen Tag. Du hast recht. Ey, du hast mit allem recht, was du sagst. Rote Scheißwasser. Wir hätten da gar nicht hochklettern dürfen. Jetzt wisst ihr, wie kacke unser Fluch ist. Boah, da schüttelt es mich. Ja, guck mal. Boah, wie sich alles geschüttelt. Ja, weil es scheiße ist. Aber was sollen wir machen? Ey, ich glaube, von der Ausgangslage geht es uns gerade von allen Team am schlechtesten. Ja. Ja. Aber vom... Ja, ich würde fast sagen, nicht so. Da gab es... Wissen Sie ja nicht. Es geht an der Leute schlechter. Physischen und geistigen Zustand nicht. Nö. Ja, wir trinken aus irgendwelchen Plastikkanistern aus Japan. Ja. Mit heißen Steinen. Korrekt. Das macht doch keiner gerade. Das ist das einzige Team. Wahrscheinlich wird das einzige Team. Wir sind auch der einzige mit auf der ganzen Welt, der das gerade macht. Was diese Scheiße gerade macht, ja. Einige Scheiße. Die anderen Team sind alle im Wasserfilter dabei. Echt alle? Mhm. Und wir wollten keinen mitnehmen, weil es das zu low ist. Das ist so dumm. Hä? Ein paar Platten und Reis haben doch keinen Fall der Wasserfilter dabei, oder? Die kochen doch auch ab und sowas. Tja. Die Tabletten dabei, ja. Das ist die Quittung jetzt hier. Trink jetzt noch... Oder lass mich mal trinken. Dann gibts mir. Lass mich auch erst mal trinken. Bevor du jetzt alles wegtrinkst, ob ich dann den Bodensatz trinken muss. Das sonst, Asi, du weißt es nicht. Was machen wir mit dem anderen Ding da? Umfüllen in die Flasche. Das ist mochig. Also der Look ist 6 minus. Ich hab noch nie so scheiße Wasser getrunken. Das ist Kohle drin. Hast du schon mal so Wasser getrunken, was so scheiße aussieht? Das sieht man im ganzen Leben. Ich denke, stell dir vor, wir kotzen einfach in 3 Stunden so heftig. Also kommen wir aus unserem Schelter raus und müssen alles voll kotzen. Dann gebe ich Sebo die Schuld. Weil der hat, also jeder hat gesagt, solange das Wasser gekocht ist, ist es sicher. Ja, aber wenn wir jetzt wirklich mit den heißen Steinen das Plastik-Legierung von der innan schmelzen. Da sehe ich das jetzt, ne? Ja, aber weißt du? Ja, aber so Mikroplastik, das kill dich erst in 30, 40 Jahren. Das wird dich jetzt nicht sofort killen jetzt hier. Also ich meine, in unseren ganzen Körpern ist Mikroplastik drin. Allein die Luft ist ja überall vor der Mikroplastik. Allein wenn ich hier vom PC sitze, schießt er durch Mikroplastik durch die Luft hier durch. Das Plastik schmilzt und überall. Ne? Hier in dem Smoothie-Kronen ist Mikroplastik drin. Keine Ahnung. Also überall Mikroplastik. Ja, das wird uns früh killen. Alle. Aber nicht morgen, sondern in 30, 40, 50, 60 Jahren. So, jetzt wird es ernst. Musik. Wir dachten einfach, wir laufen hier noch ein bisschen durch den Wald. Wir müssen scouten ohne Kamera. Und jetzt... Was ist da? Ja, ich schwör dir, da hinten knackt es. Hey Bär! Hey Bär! Hey Bär! Hey Bär! Hau Bär! Hey Bär! Er ist so ein Jumpscare so. Uah! Wie auf dem Wald springt, dann endet die Folge einfach. Äh, hier ist auf jeden Fall... Achso, die Kacke! Ach, die ist nicht jetzt erst! Oh! Code, ja. Großer Code. Riesen-Code. Ist richtiger Code. Das sind... Ich glaube, das ist auch kein Wolfs-Code. Das ist, glaube ich, schon ein großer Bären-Code. Leckt mich am Arsch. Tot-Red, würde ich sagen. Da sind Fischgräten da drin. Ja. Es ist nicht komplett frisch. Hey, die könnten ja den fragen, wo er Fische her hat. Aber es ist auch nicht steinhart. So, hey du, ich habe in deiner Kacke gesehen, hast du Fisch gegessen. Sag mal, wo hast du die Fische her? Das kann aber auch an der Luftfeuchtigkeit liegen. Ja. Ja. Okay, krass. Fischgräten. Das ist die Frage. Vielleicht ist einfach nur das Klo, wo der Bär immer hingeht zum Kacken. Weil der Bär geht ja, isst ja irgendwo, läuft ja da hin, kackt dann und geht ja nach Hause. Wir müssen das Klo, wo sie gerade pennen. Ist das Bärenkacke? Machen die größere Haufen? Aber welches Tier ist sonst Fischgräten? Also Fisch. In der Größe. Ja gut, stimmt schon. Oder? Ja. Okay, krass. Okay, krass. Krass, 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 krass. Okay, wir sind nicht weit vom Lager weg, oder? 100 Meter? 100 Meter circa, ja. Aha. Mhm. Gut. Ich würde sagen, der Plan wird aber fortgesetzt. Wir laufen weiter so an der Küste am Wald so ein bisschen nach rechts. Sind jetzt aber auf jeden Fall achtsamer. Und ich sag mal so, das Bärenspray wird jetzt mal ein bisschen gelockert hier, Freunde. Da war mir schon klar, dass wir irgendeinen Tag Bärenkacke finden. Crazy. Tag 3, hm? Okay. Na, okay. Hey, Bier! Jetzt ein Schrei vom Bär hier rein, perfektes Timing. Ey, aber krass. Ja. Kommt hier ein Bär noch vor. Ey, ich bin schon auf der nächsten Folge. Die war eher so eine Folge, so eine Überprüfungsfolge.